Ähm, holt sich jemand auch jetzt Elytra eigentlich oder so? Alle! Aua! Wollen wir los? Ist das so einfach? Nö, aber man muss es halt tun, weißt du? Wie hohe ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei sterbe? Ich will gar keinen Schwer. Aber schon. Schon. Nicht null. Ja, let's go. Warte, ich muss mir auch... Das ist... Hä? Ich wollte nur noch meine Spitzhacke oder so. Und wo ist jetzt die Elytra, Chat? Da muss man jetzt zu diesem Portal da oben, ne? Aber brauche ich nicht dafür ein Ei? So ein Ende-Ei? So ein Ende-Auge? Bitte leg das Ei weg, wieso? 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 Wieso sich's weglegen? Das gehört mir. Ach ja, stimmt. Wir können uns hinlegen mittlerweile. Du wirst sterben. Ne, wieso? Hey Maeve. Wow, was geht? Ja, wir gehen die Elytra holen. Können wir abhören gehen? Ja, ich warte noch auf Tesi. Achso. Ich glaub, Mogi und Sommi sind schon losgezöscht. Die sind auf jeden Fall weg. Die sind, glaub ich, schon Elytra holen. Crazy. Gibt's das nur eine? Nein, es gibt unendlich viele. Okay. Chat, wieso wollt ihr unbedingt, dass ich das Ei weglege? Kiki wird nie seine Base anfangen. Ja, heute war auch nicht der Plan, dass wir die Base anfangen. Hallo. Hallo. Kiki. Können wir uns noch mal los? Ja. Maeve ist auch hier. Wo ist Maeve? Ah, der ist, glaub ich, schon losgelaufen. Achso, okay. Dann ist er nicht hier. Irgendwie. Ja, doch. Irgendwie. Wie kommen wir da hoch? Ähm, Stein. Ah, das wär gut gewesen mitzuhaben, hast recht. Hast du nichts dabei? Nein. Nee, aber ich hatte ne Spitzhacke, also. Okay. Ich war ja extra nochmal in meine Moonbase gefahren dafür. Gefahren vor allem. Gefahren? Mhm. Moppet. Ich werd nicht von der Map fallen. Dein Chat glaubt nicht in dich? Nee, die glauben nicht. Die wollen die ganze Zeit, dass ich meine Sachen ablege, weil sie denken, ich werd gleich direkt sterben. Nein, 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 nein. Wir sind Profis. Jetzt hinlegen. Ich war doch noch nie drin, ne? Oh, wie, wie kann man sich nochmal hinlegen? Äh, Caps Lock. Okay. Hier raus. Hier sind ja auch überall Endermänner. Ja, die wohnen hier. Oh man, jetzt muss ich die ganze Zeit diesen dummen Helm... Hast du Meldpad nicht geguckt oder was? Jetzt muss ich die ganze Zeit diesen Helm tragen. Also, du kennst Elytras, du hast schon mal eine geholt. Ja, aber... Ich weiß, ich hab absolut keine Ahnung, was jetzt hier ist, ne? Ich war hier noch nie. Wir müssen ne Endcity finden dafür. Hier, guck mal. Ist die mal hier. Das da. Ist das mal. Was passiert dann? Ähm... Oh, wirst du sehen. Du willst mich vergiften, oder? Nein, damit wirst du irgendwo anders nicht teleportiert. Hä? Okay. Aber es teleportiert sich immer auf ne Fläche, also du kannst da richtig nicht runterfallen. Hä, wir können jetzt theoretisch ganz, ganz weit voneinander wegporten, wenn wir das essen. Ähm... Nicht so weit. Ich glaub, wir sitzen auch wieder nicht. So... Ja, irgendwie brauchen wir eine Endcity, ne? Wieso läufst du die ganze Zeit unter ne Pumpkinhead? Weil ich nachher nach unten gucke. Ich guck einfach auf den Boden. Du bist ja viel zu mutig. Okay, ich mach auch. Du kannst ihn auf die Füße putzen. Das ist nicht so schlimm. Ich hab Angst, aus Versehen ins Gesicht zu schauen. Ja, dann tötest du den halt. Also... Also vor... Vorhin jetzt... Oh mein Gott! Fuck! Alter Maeve! Oh mein Gott! Geräusche, die man hier nicht hören will. Auf gar keinen Fall. Ehrlich. Ehrlich. Ich hab mir die ganze Zeit für Ästen bestellt und ich komm nicht dazu, weil ich irgendwas mache. Seit zwei Stunden, glaub ich. Es findet kein End. Haha! Oh mein Gott! Maeve, stell... Ich solltest Content Creator werden. Ich bin den ganzen Tag hier. Ich hab die einfach auch bald schon in die Gruppe reingeschlichen. Maeve, der Lustige einfach. Der erste Luther gehört mir. Nur zum Wissen, zum Jokes erzählen. Ja, wie schwer ist es denn eine zu finden? Du musst ne Endcity finden und dann musst du Glück haben, dass da noch so ein Schiff ist. Also ich sag's jetzt so, wenn man hier rumfliegt, dann dauert das so 10 bis 15 Minuten. Wenn man zu Fuß geht, dann dauert es so ein bis zwei Stunden. Als ob wir so lange jetzt dafür brauchen. Oh! Wollen wir Johnny abholen? Der ist auch grad hier reingekommen. Nee. Hahaha! Diese kurze Pause! Diese Stille! Nö! Na! Das ist mit Hockey bestimmt! Ja, das stimmt wohl. Maeve hat das ausgesprochen, was wir gedacht haben. Ich mein, ich hab gefragt! Oh mein Gott! Das ist so! Ah, ihre Brücke! Die sind halt wirklich direkt losgezogen! Ähm, man kann sich doch beim Sturz retten mit ner Chorus-Frucht, oder? Ne? Äh, ja! Dann brauch ich schnell eine. Ja, ja! Aber wir brauchen eine Fläche, dadurch bist du ja nicht dingsig, oder? Oh Gott! Okay! Ich kann mich retten! Ich trau mich ohne, weil ich bin halt genervt die ganze Zeit von diesem komischen Ausschnitt. Ja eben. Ne, ich wusste davon nichts, dass es sowas gibt. Das ist ja bisher super nervig. Das ist ja toll! Oh! Probier mal Tisi, was soll ich probieren? Achso, nein! Das werde ich nicht testen, Chat! Let's go! Unlustig! Ich riech da lang! Ich... What? Du wirst hier kriechen? Ja, ich werd hier nicht laufen! Sprint! Das ist gefährlich! Quatscho! Quatscho! Hier ist ja Ende! Hier ist ja zu Ende! Ja, ich bin mit einer Enderperle rüber gesprungen! Ich hoffe, Tisi hat noch ein paar Blöcke! Toi! Ich wollt grad sagen! Okay, hier warst du gar nicht vorbereitet auf das, was hier ist? Nee, gar nicht! Keine Blöcke! Doch, ich hab Blöcke hier! Ich weiß noch nicht, wie viele! Ob das reicht? Man kann hier diesen Boden richtig schnell abbauen! Mhm! Reicht das? Ich hab noch ein paar! Drei Tage später, ihr seid so lustig, Chat! Warum seid ihr nicht die Streamer? Nächstes Mal guck ich euch zu, wisst ihr das? Das Ding ist, meine Tastatur, die ist nicht mehr so geil und manche Tasten lösen sich von alleine, wenn ich sie halte! Ich bin einfach risikoreich! Ich hab nur ein einzigartiges Item bei mir, nämlich das Drachenei! Oh Gott, stimmt! Scheiße! Ja, was soll's! Kiki, bitte fall nicht runter! Ja, passt schon! Warte mal! Nein, Kiki, komm her! Was? Oh! Stell doch nicht direkt darauf! Ist das so schlimm, wenn das Ei verloren geht? Ja, wär schon scheiße! Pack's einfach rein! Aber jetzt gehört es dir! Nein! Das ist ein Energiest! Energiest ist so was wie ne Cloud, weißt du? Ich hätt... Ich hätt... Ich hätt... Ich hätt ein... Also wenn... Wenn das Singleplayer wäre... Wenn das jetzt Singleplayer wäre, dann hätt ich aus Protest das Ding jetzt einfach runtergeworfen! Ja, das fühl ich! Um Chat zu ärgern! Aber dass hier ein... SMP ist, weiß ich gar nicht! Nachher kurz bevor du das Stream beendest, stehst du die Kiste wieder hin! Schnell weg! Ich weiß nicht, was kann man mit dem Ei einstellen? Damit kannst du nur einen neuen Drachen spawnen, sonst nicht, oder? Neue Drachen! Ja! Hä, das ist ja komplett scheiße! Also wenn das Ei weg ist, haben wir auf dieser Map nie wieder einen Drachen! Genau! Stark! Also, spürst du die Verantwortung? Aber wieso konnte gerade Dashkin einen zweiten beschwören? Weil er das Ei in die Mitte gelegt hat und dann die vier Teile rumgebaut hat, die ich ihm gegeben habe! Ach so! Ich dachte, er hat kurz Cheats angemacht! Oh nein! Was denn? Johnny ist alleine! Johnny hat im Chat geschrieben, ist noch jemand hier im Endeffekt? Ähm! Oh Schei! Oh nie! Oh! Da hinten ist die Brücke wieder von Mogi und Zombie! Wollen wir wieder hinterher joinken? Ja! Ich kann nicht joinken! Vielleicht holen wir sie ja nochmal ein! Wir joinken! Die erste Elytra von denen weg! Ja, die sind halt vor uns, die werden es wahrscheinlich schon vorher finden! Wenn, dann müssen wir vielleicht einen anderen Weg gehen! Ey, aber wenn wir eine Leitra haben, dann brauchen wir wirklich mal... Lass die eine langlaufen und dann... Dann gehen wir woanders hin! Ja! Dann wissen die genau so, wir sind hier rechts lang gegangen! Ja, weil wenn wir denen folgen und sie finden wirklich eine City und ein Schiff, dann werden die wahrscheinlich eher das haben als wir! Ja! Oder wir gehen hier gleich woanders hin! Da hinten hin oder so! Kommen wir nicht von da? Ich habe keine Blöcke, ne? Ja, hier! Hau ab! Oh, die sind doch nicht so schnell! Ne! Das ist wie Steiner! Ich hab's auch mit... Ich hab's mit Netherrack verwechselt, das ist auch schneller! Ich wollte meine verzauberte Dia-Pickaxe nicht mitnehmen! Ich hätte meine Dia-Pickaxe mitnehmen sollen! Okay, Leute! Was ist los? Kommt her! Ich hab einen Waste-Ton gefunden! Ist dann ein Zufall! Als ob! Wie heißt das? Na gut, dann... Tewo Hune! Okay! Ich hab noch eine mit Glück-Chat! Crafte ich mir eine neue? Crafte ich mir eine neue? Ich mach die mit Glück nicht kaputt! Ja! Ja! Ja, okay, gut! Ich kann einfach... Stimmt! Ich kann einfach Steine mitnehmen! Dann brauchen wir gar keine Spitze! True! True, true, true! Ich hab halt... Ich hab halt... Ja, so viele Steine hab ich jetzt nicht! Ich hab ganz viel... Ich hab ganz viele Ziegelsteine! Na, Kies geht nicht, ne? Na, Kies geht nicht, ne? Und Phil, dankeschön für sechs Monate! Ja, Biako! Ja, Biako! Alles gut! Ja, Biako! Ja! Die Stadt am Ende ist... Die haben eine Stadt gefunden! Nuh! Ah! Scheiße! Buh! Scheiße! Die haben's gefunden, Maeve! Oh, ich hab die Dias mitgenommen Scheiße Die haben eine City gefunden Oh nein Ich bin gleich wieder da Er hat ihn halt direkt losgezogen So, wir können Okay, never mind Wo gehen wir hin? Welche Richtung? Tja, wir wollten auf jeden Fall hier rüber Und dann wollten wir woanders einschlagen Okay, gerne, let's go Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass wir Johnny jetzt nicht mitgenommen haben Du hattest ja gerade ein Ding ins Portal aufgestellt Hättest du dich hier dran holen können damit Ja, soll ich das machen gleich Können wir machen, ja Ich dachte, die wollten schlafen gehen Wer wollte schlafen gehen? Ich wollte nicht schlafen gehen Ich will eine City Sneak Sneak Das ist auch noch Ricky Ricky auch noch Alle kommen jetzt Boah, das ist so gruselig hier, ne? Der Dashke raided einfach Yo, Dashke Was geht ab, ihr Dashkis? Wir sind im Ende Und wir suchen hier Ne City Wir wollten Haben gehofft, vielleicht finden wir schneller eine City als die anderen Aber Zombie und Moggi haben schon eine gefunden Ja Jetzt müssen wir eine eigene finden Wir haben noch das Ende gefeiert Während die Ja, die sind direkt losgezogen Wie die Gierigen Sind die hier rüber gebaut? Ne, oder Ne, sind die hier rüber gebaut? Die haben hier rüber gebaut, ja Dann lass da gleich links gehen Danach Ja, wir gehen jetzt hier rüber und dann links Ich klicke mal eine Fackel hin, damit ihr sehr viel Bescheid weiß Weil ich glaube, die bestell ich was essen Ach, die bestell ich Okay, stark Boah, hätte ich jetzt auch Bock Okay, erstes Pause, wir sind ich erst da Jetzt sehen wir was richtig geiles, fettiges bestellen Yeah, Kartoffelpizza Ich bin auch hierher Hier und hier Hier wollte ich jetzt hier lagen Vielleicht Hier abbiegen Weil hier scheint keine Brücke zu sein Okay, aber das müssen wir ja bauen, ne? Ja So wie die es halt auch gemacht haben, ne? I guess Wir waren verwirrt, auf einmal wart ihr alle weg und keiner hat was gesagt Ähm, ja, wir standen Ich weiß nicht, wo wir standen Ich glaube im Spawn oder so Meinte Teseo Hast du Bock Loszuziehen Dann kam Maeve Hat gesagt Jo, ich komm mit Und währenddessen waren wohl schon Moggi und Zombie auch weg Die waren schon die ganze Zeit weg Achtung, hinter dir ist ne Wand Gruselig Da kommt sie Da kommt sie Ah ja, sie sieht's Wie viele Änder Perlen hast du? Äh, Änder Augen Wie viele Änderperlen hast du? Äh, Änder Augen Ähm, 23 Okay Guck mal ganz kurz, was Johnny macht. Ja, der läuft auf jeden Fall diese Wege entlang, die wir auch gebaut haben. Also der könnte irgendwann... Ja, der findet uns schon gleich. Wir sind ja recht langsam, weil wir bauen. Ja. Also wenn der diesen Bauwerk, die hier folgt, dann findet er uns ja eh. Ich habe gerade so Schiss, dass ich mir eine Maus einfach so verziehe zur Seite. Ja, ich habe aber die ganze Zeit Angst, dass irgendwas passiert. Wo ist die denn? Da läuft jemand hinten. Ne, das sind Endermans. Aber die habe ich doch gerade noch gesehen. Ich habe sie auch gerade noch gesehen. Ah nein, ich sehe die Haare. Ich sehe Haare. Ja, man sieht so wie Haare so. Weil das ja ein bisschen niedriger ist. Ah, da. Das ist Johnny. Das ist Johnny. Johnny läuft einfach vorbei an uns. Niemals läuft Johnny vorbei an uns. Johnny, hier. Niemals. Als ob der uns nicht... Jetzt läuft der nach rechts. Ich fasse es nicht. Ich schreibe links. Ich laufe, ich kriege nicht. Guck, ich bin voll mutig. Jonas! Scheiße Angst. Wo sieht ihr Johnny? Irgendwo? Da hinten ist jemand. Das könnte er sein. Der läuft da mit einer Axt rum. Ja, ich erkenne ihn auf seinem Skin. Das ist er. Ja, jetzt guckt er in unsere Richtung. Junge, ich schieße da jetzt fein rüber. Er sieht uns nicht. Jetzt läuft er den Weg zum Mogi lang. Ja, Pech gerade. Ach, Johnny. Naja, dann halt nicht. Ciao. No. Mach's gut, Däschke. Ich will gerade nicht schreiben. Jo, ciao, Däschke. Der ist bestimmt im Lock. Dann hat er dich trotzdem nicht gehört, er geht es. So, jetzt wieder hier rüberbauen, ne? Ja, mach das mal. Ich hab so Angst, Alter. Schon. Ich weiß nicht, wie der Ende am Ende steht. Schau dir zu. Will was lernen. Kegi ist ein Macher. Muss schon sagen. Ich hab halt nicht unendlich Blöcke, ne? Wir können uns nützlich machen, die mir mal hier ein paar Blöcke ablernen. Fünf Euro, wenn du in den Abgrund springst, ne? Äääääää. Zehn Euro, wenn du das Ende Iron F.S. wirst. Ich hab's leider nicht mehr. Ist das eine Elytra? Ist das ein Achievement für eine Elytra? Was der Mogi da bekommen hat? Ich halte die Shift-Taste ganz, ganz fest. Ja, stark. Die haben Minecraft durchgespielt. Für die gibt's gar keinen Grund, in das Spitz zu spielen. Ja, halt wirklich. Ääää, komm mal her, Kegi. Ja. Ich hab dir über ein Deck. Und hat's schon ein Jahr besorgt. Oh, nice. Oh mein Gott, das ist wirklich super. Überlegt. Nicht tot. Schon gruselig. Das ist super gruselig. Ich bin noch kein Fan von Einerbrücken. Ich bin ein Fan von so drei. Ja, du kannst ja... Ich baue einen und du baust einfach mehrere noch drei. Nini. Nini. Hat Merv sich gerade einfach rübergeaugt? Geenderperlt? Geaugt einfach. Ne, auge ist es ja nicht. Geblinzelt. Spontane Teleportation. Wir haben schon mal Glück. Das ist eine sehr große Insel hier. Viel laufen, wenig bauen. Schon mal gut. Das stimmt. Bisschen Musik, Chat. Aber auch wenig. Aber auch wenig statt. Achja, okay, machen wir uns doch Musik an. Oh Junge. Zahle Stimmchen. Achso, aber... Das ist wirklich am Ende. Das ist wohl Leon von Resident Evil 4. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass er da so rumgebrüllt hat. Ich auch nicht. Ich habe es noch nicht wirklich gespielt. Schwach. Sorry. Also das Original habe ich so ein paar Stunden gespielt und das Remake gar nicht. Also ich bin Gamer, ich habe beide gespielt. Geil. Was, was, was? Welches hast du gespielt? Resident Evil 4. Oh, 4 habe ich auch gespielt. Das ist das einzige Resident Evil 4. Original oder Remake? Ich glaube ein Remake. Ja, Moggi hat schon eine Elytra gerade vor ein paar Minuten gefunden. Hä, was? Ich bin echt nicht so ein Resident Evil drin, weißt du? Das Remake ist auf PS5 und so rausgekommen. Ich glaube, das hast du nicht gespielt dann. Nö. Das Switch? Ja. Das Remake gibt es nicht auf der Switch. Dann war es wahrscheinlich nicht das Remake. Äh, lass uns hier rüber bauen, ne? Siehst du weit. Ihr baut, ich muss mir Essen bestellen. Das tun wir mal nicht. Wo warst du denn gleich? Naja, ich mache nebenbei die ganze Zeit auf meinem Handy hier. Das ist nicht so einfach. Ja, ich nehme auch was, ne? Ja, ich auch. Oh, ein paar Knobis-Sticks hier. Oh, ein paar Knobis-Sticks. Ja, die nehme ich. Die nehme ich wohl. Oh, ein paar Knobis-Sticks. Ja, die nehme ich. Die nehme ich wohl. Die müssen wir beide umstellen. Das schenken wir. So ein Geschenken-Gaul und so, ne? Oh nein. Das war hoffentlich mit Absicht. Das war alles geplant, okay? Oh, da ist schon Schwäche im Ehring. Oh, 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 oh. Hauptsache der linke Zeigefinger, äh, der linke kleine Finger, der bleibt stark, ne? Tut schon ein bisschen weh. Oh Gott, ja, das hatte ich auch, ähm, wegen, als wir in der Ancient City waren. Ich weiß nicht, ob die Facke was bringt, aber ich glaube schon. Wir haben nicht Johnny ignoriert. Er hat uns ignoriert. Ja, wir haben Johnny ignoriert. Ja. Wir haben ihn sogar, wir haben mal zugerufen, wo wir sind. Und ich hab sogar ne Sekunde nachgedacht, ihn abzuholen. Ich hab im Chat gespammt, er hat nicht darauf reagiert. Ja. Davor haben wir ihn eiskalt ignoriert, das stimmt, aber... Gar nicht. Wir sind zur Gesinnung gekommen. Wir haben ihn nicht ignoriert, wir hätten ihn aktiv einholen, also holen müssen. Das ist ja nicht ignorieren. Weißt du, was auch immer ganz gruselig ist? Wenn ich hier so ne Ender-Perle rüberwerf, hab ich auch immer richtig Angst. Oh Gott. Ui. 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 Wir können erst mal im Norden gucken. Aber das ist theoretisch zurücklaufen, ne? Norden wäre zurücklaufen? Ich glaub schon. Ich glaub wir sind immer in das Südnis. Aber gucken können wir ja trotzdem hier, weil hier auf der Insel waren wir ja definitiv nicht. Die Endermänner können reden. Oh mein Gott! So froh, dass ich meine Köpfe nur noch auf einem Ohr höre? Nee, es soll so Theorie sein, dass die Haar hier WhatsApp sagen. Gott ist die groß! Das ist schon echt ne große Insel. Und hier ist nix, das ist das Schlimmste eigentlich in der Geschichte. Ist halt echt so... Wie kann die so groß und leer sein? Ja, die waren echt lucky, ne? Dass sie so schnell eine gefunden haben, Mann. Das ist echt unfair. Alter, ich bin zwei Cent unter dem scheiß Mindestbestellwert, ich raste aus. Hä? Helfen. Ja, sonst geht's. Ich dachte nicht, ich kann mich auch ein bisschen nützlich machen. Hast du dir auch schon so ein paar Boden mitgenommen hier von den Dingern? Was habe ich mitgenommen? Diese Früchte, ja. Wenn ich irgendwie runterfalle oder so, soll ich die dann essen? Naja, du teleportierst random irgendwo hin. Na aber auf ins feste Unterlage, besser als auf nichts. Ja. Aber ich sollte mich hier auch mal rausziehen vielleicht. Na guck guck mal Kiki, du merkst, dass man das nicht unbedingt braucht mit dem Helm, ne? Ja, das stimmt. Aber ich guck auch die ganze Zeit laut nach unten. Wo ist die End City? Eben war sie doch noch hier. Ne, die war noch gar nicht da. Die anderen waren doch schon hier. Oder da. Aber ich glaub das ist ne gute, wir sind auf nem guten Weg glaube ich. In die Richtung, es kann ja eigentlich, es muss ja jetzt gleich was kommen. Wie groß ist das Ende? Unendlich. Unendlich? Ja das ist ein Geruch. Das will ich. Ja. Das ist Tese, wenn sie bestellt. Kanal Punktbelohnung. Das ist Tese, wenn sie Essen bestellt, ja ja. So kling ich ihm her. Meine Gans hab ich da gar nicht mit als Tun. Ganz traurig bin ich jetzt. Du hast noch ein Feld hinter dir Kiki. Vorsichtig. Ja ja. Ich hab. Vorsichtig. Ich steht einfach random auf. Vorsichtig. Ja weil ich kurz ins Inventar gehen musste, Blöcke tauschen musste. Hast du das eigentlich gerade mit Basalt? Ich hab einfach alle möglichen Blöcke mitgenommen, die ich zuhause hatte. Okay ich geh mal hinten noch ein bisschen abbauen. Ja ich hab gleich keine mehr. Ich hab noch 15 Stück. Ich hab auch noch ein bisschen Endstone so. Mal ein bisschen twerken hier wieder. Twerken. Work, 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 work. Stolz! Oh Joni! Ich schieß euch ab. Ich tu jetzt nicht so. Was für... Oh Joni! Junge! Wieso hast du uns ignoriert? Ihr seid so dreckig. Wieso hast du uns ignoriert? Was the fuck? Schnauze. Wieso hast du uns ignoriert? Maul jetzt. Will der Stress? Soll ich ihn töten? Nein wirklich. Joni wenn du uns jagst, wir sind nicht im End. Ich hab ganz andere gejagt als den. Als ich deinen Namen gespammt habe. Hast du uns nicht gesehen? Nein natürlich nicht. Ich hab das doch gesehen, dass ihr das schreibt. Aber ich bin zu euren Koordinaten gelaufen. Du warst halt... Du warst halt eine Insel von uns entfernt. Wir haben dich gesehen. Ich hätte euch sehen können. Das hab ich gelesen, aber ich dachte ihr wartet dann auch bis ich da bin. Nein. Du bist einfach weitergelaufen. Und du hast nichts geschrieben. Du hast halt nichts geschrieben. Genau und wir dachten, du suchst eher dann Moggi und Zombie. Ich dachte ihr rennt jetzt absichtlich vor mir. Nein. Du bist immer die Brücke von Moggi und Zombie auch gelaufen. Du hast halt nicht geschrieben. Du hast halt nicht geschrieben. Ich hab geschrieben wartet. Hast du nicht? Boah er schreit richtig. Ne ich schreie nur weil ich das doch gewohnt bin von vorhin. Ich hab Angst wenn er so wütend ist. Ne ne also wir haben gewartet auf dich. Ne das glaube ich nicht. Dass sie gewartet haben. Also vorhin vielleicht. Aber danach nicht mehr. Ne genau andersrum. Wir haben erst nicht auf dich gewartet. Ja alles klar. Wir haben erst angefangen haben. Das muss schon richtig gestillt sein. Ja wichtig. Und jetzt? Ihr findet es nicht ne? Und jetzt haben wir gewartet auf dich. Und Zombie und Moggi waren allein unterwegs oder wie? Ja. Genau die sind direkt losgezischt. Ähm Moment. Weil? Aber jetzt laufen wir doch weiter nach Norden. Jetzt laufen wir im Kreis. So ne Scheiße. Tun wir das? Ja. Hast du das hier gebaut? Das sieht so laut aus. Weiß ich nicht. Ähm ja. Doch die haben die Koordinaten. Ich glaube Joni ist richtig verwirrt gerade. Was denn? Joni hat gerade geschrieben, dass er Zombie und Moggi nicht jagt. Weil die doch keine Koordinaten geschrieben haben. Ok dann hast du gedacht wir hätten die Koordinaten. Joni denkt wirklich, dass wir die Koordinaten geschickt haben. Oh mein Gott jetzt ergibt alles Sinn. Ne? Ne? Deswegen. Und ihr habt mich dann zufällig gesehen. Ja. Ja genau. Ja aber achso an dem Punkt dachte ich ihr seid alle zusammen. Stimmt. Nein. Ich wusste doch nicht, dass es zwei Gruppen gab. Nini. Deswegen war ich gerade so verwirrt. Deswegen waren wir so verwirrt, weil du sie den anderen einfach gegangen bist. Ja ok jetzt sind die anderen nur noch übel verwirrt. Was redet er? Wir haben die Koordinaten noch geschickt. Warte Kiki ich hab noch zwei Stacks. Ja ich hab gar nichts mehr. Wo? Die liegen hinter dir. Joni mach dich mal nützlich. Moment. Ja sollen wir dann weiter nach Westen oder so? Ähm ähm ähm. Fuck ich wollte irgendwas fragen gerade. Ne ne. Ich hab auch gar nicht gecheckt was genau jetzt die Misskommunikation war. Keine Ahnung. Achso ich wollte fragen ob ihr so Ferngläser benutzt habt. Ne Riki hat ne Stadt gefunden. Achso wir haben den Wavepoint benutzt. Oder habt ihr mich einfach so gefunden? Achso. Äh von Zombie und Dings. Ah die haben natürlich ja klar. Also du könntest natürlich auch einfach die Spawns teleportieren und den Wavepoint benutzen. Wieso nur ich? Du auch? Ne ich hab ja gar keine Interesse dran. Ja eben ich bin jetzt Teil der Gang. Ich bin doch jetzt nicht 100 Stunden durch die Ende. 100 Stunden bin ich gereist durch das Ende. Um jetzt plötzlich zurück zu porten und dann einfach alleine mit Riki da in diese Stadt zu gehen die schon gelootet wurde. Nö nö. Ich kaper jetzt diese Mission. Nice. Ja wir sind noch nicht so erfolgreich. Auf jeden Fall. Hattet ihr so Ferngläser um mich zu sehen? Ja. Ich hab dich angeschaut mit dem Fernglas. Deswegen ich hab keins und deswegen konnte ich euch glaube ich nicht... Aber wir haben dich auch ohne Fernglas gesehen. Ja ok. Ich hab sogar Pfeil auf mich geschossen. Ich hab mich nicht nach euch um... Ja ich hab... Ich dachte ihr seid so nah dran dass ich euch gleich hab wenn ich den Koordinaten weiter folge. Ne. Deshalb haben wir in den Chat gespammt dass du rüber gucken sollst. Ja aber wohin? Ja Maeve hat gesagt nach links. Ah das war das. Ich meinte so wo die Facke ist ne. Die Facke hab ich aber gefunden. Jaja. Und dann bist du falsch gelaufen nach der Facke. Ich hab sogar vorgelesen links und dann dachte ich ne die Koordinaten gehen woanders hin. Ah lol das waren Hinweise an mich. Als ich die Jungs kurz verloren hatte. Dann wart ihr doch aber voll nah oder nicht? Ja wir waren eine Insel von dir entfernt. Nein 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 auch an den anderen. Achso ja wir sind anfangs deren weggelaufen. Dann hättet ihr ja fast von denen das Ding gefunden. Ja wir haben anfangs deren Weg gelaufen. Ja ok ok. Ja und dann seid ihr von mir weggerannt. Nein du bist von uns weggelaufen. Oh ich war halt verwirrt. Ich hab mich doch nicht bewusst gegen euch entschieden. Ja es sah aber so aus als würdest du dich gegen uns entscheiden. Oha. Ja ok auf jeden Fall hab ich euch dann gejagt. Gejagt? Und ich hätte das ganze Zeit eure Koordinaten reingeschrieben. Alter. Und ich renne und renne und ihr seid immer 200 Blöcke weit weg. Oh man. Das war krank. Ihr müsst bewusst so schnell gewesen sein. Wir können ja nicht mal schnell sein. Du siehst ja wie lange wir immer bauen. Das will ich anders vorstellen als das. Also wir müssen ja immer bauen von Insel zu Insel. Ich hab euch ja auch eingeholt als ihr gebaut habt. Wir können ja rechts oder links lang gehen. Ich würd nach links sagen. Weiter nach Westen. Oh Westen. Ok. Aber Westen ist Richtung wo wir her kommen ne. Ich dachte wir kommen aus dem Norden hast du gesagt. Ja Nordwesten also. Ja dann halt. Gut dann lass uns rechts gehen. Ja dann lass Osten gehen. Machen wir uns rechts gehen. Machen wir uns rechts gehen. Rikido Hater. Gibt's in Terraria ein cooleres Ende? Lieber entfernt vom Spawn ne. War hier schon jemand? Dieser Chorus Ding hier ist so komisch. Glaub ich nicht. Ja ok die können auch so spawnen lassen. Ich hab hier so einen Höhenzaun bekommen. Die sind gruselig ne. Ja genau den. Da wirft deine Perle. Und wir müssen laufen. Da hinten im Süden sieht man ne Brücke. Ich weiß nicht ob die von uns ist. Ok ich glaub so langsam glaub ich sie haben das nicht absichtlich gemacht. Weil ist ja unten normal schnell. In Minecraft. Wir haben es die ganze Zeit nicht absichtlich gemacht. Zu 100% habt ihr es absichtlich gemacht. Nein. Ok wie gibst du. Scheiße Johnny kommt. Wir hassen dich. Schneller. Der Drecksackmann. Aha. Ich dachte vielleicht fühlt ihr euch gejagt. Jetzt hatte ich auch den Höhlenzaun. Ich hab halt auch wirklich Lust zu schlagen gerade. Bitte nicht. Es würde nicht mal was passieren glaub ich weil du einfach gerade ausfliegst. Aber. Trotzdem. Das hier ist nicht. Nee. Gar kein Bock jetzt. Weil ich auch. Nebenbei essen und ich verzweifle daran. Ein paar Dungeons. Und Dungeons. Und City. Und Schiffe. Ja klar es gibt ganz viele. Es gibt ja nicht nur eine Elytra im Gegend. Ganz viele. Es ist aber echt riesig. Ja es. Das gemeint ist. Ach so die Elytra kann immer nur eine haben. Ja es ist halt. Du musst halt ne End City finden. Und dann Glück haben dass in dieser End City auch ein Schiff ist. Und in dem Schiff ist einer Elytra. Boah deswegen seid ihr von mir weggerannt. Genau. Damit ich mich nicht die Elytra schnapp. Junge und so würde das aussehen. Ja wenn unser Plan aufgeht dann wirst du am Ende wahrscheinlich nen Unfall haben. Okay. Guter Plan. Ach stimmt. Moggi kann ja einfach scouten jetzt. Weil er fliegen kann. True. Der holt jetzt alle anderen Cities ab. Der holt jetzt die anderen tatsächlich. Die sagen Moggi fliegt hier grad rum. Aber dann sieht er uns ja vielleicht. Der findet uns gleich ja. Dann fliegt der vielleicht irgendwann nur hier rüber. Junge das sieht mit dem Trader jetzt so viel cooler aus. Habt ihr schon mal K gedrückt? Es ist richtig schön. Es ist einfach Europa. Oh mein Gott. Was ist das denn? Digga da ist jetzt überhaupt kein so geiler Ort mehr dann. Nee. Bruh. Das ist ja kurz. Von den Farben aus wie so Backrooms oder so. Einfach SpongeBob-Wild. Ich hab mich komplett. Ich hab so ne Verschwörungstheorie aufgestellt. Während ich euch gejagt hab. So richtig. Ihr habt euch so gegen mich versprochen. Ja wir lästern noch die ganze Zeit immer. Oh Johnny. Hast du schonmal hier diese Frucht gegessen? Hier. Die von diesen Bäumen. Was meinst du wie ich hier überlebe? Ich kann ja immer noch rennen. Achso brauchst du Essen Johnny. Ich hab Frische. Okay. Das war der damals. Ey der hatte super coole Videos. Oh Gott. Ich wollte jetzt bloß nicht so klingeln. Das war wirklich. Ich hab gerade angefangen die Theorien wieder zu gucken von Minecraft. Und dann wirklich einen Tag später kam die Nachricht ja ihr hört auf. Ich war richtig traurig. Wisst du was traurig ist? Der Weg den wir hier machen ist traurig. Ich glaub ihr seid auch so im Kreis gebaut tatsächlich. Nein. Lüge. Nein Maeve macht das. Komm jetzt mal so. Also ich mein nicht jetzt gerade sondern vorhin seid ihr so ein Bogen. Und dann einfach nach links. Ja ja wir haben vorne uns einen Kreis gebaut. Die schwarzen langen Männer schmecken nach Lakritze. Ja. Hm. Er geht einfach rüber. Der Flex. Der Flex. Der Flex. Der ist so laufend raus. Was? Dass ich draus zu laufen. Ich sneak hier immer die ganze Zeit Passagen. Ja das hab ich mir schon gedacht. Ich mein für dich macht es auch Sinn zu sneaken. Aber ich musste euch einholen. Ja ja ja. Ich hab dadurch auch die Jungs einmal komplett verloren. Weil Kegi sneakt ja überhaupt den Weg zu bauen. Ja ja das. Das braucht man ja nicht schnell sehen. Aber du es kann nichts passieren. Du musst einfach gerade auf die Strecke lenken. Inzwischen mach ich es ja auch. STRG drücken einfach. STRG drücken einfach. STRG ich hab ein paar Blöcke wieder. Nice. Der haut jetzt andere Cities raus. Stark. Äh da sind wir sehr weit weg von glaube ich. Ja ach scheiße wir sind so komplett in die andere Richtung. Aber ist doch gut wenn wir in die andere Richtung sind. Er hat noch eine Elytra Digga. Als ob er noch eine gefunden hat. Ja gut er hat schon eine ne. Schiff? Wo? Gaben? Morgen nimmt er nur nicht auf damit er mehr Minecraft spielen kann. Achso. Sorry. Ihr wisst ich hab Essens bestellt. Das ist ein Live Tracking wenn das ein Update gibt. Aber. Ich kenn den Sound. Woher ist der? Das ist meine Kanal Funk Belohnung. Die hast du bestimmt schonmal bei mir gehört. Ja ok. Achja. Ja natürlich. Das war dieses Scheiße wo du dann. Junge ich dachte kurz das ist ein Hochhaus. Ja ja. 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 Ich hab einen angeschaut. Scheiße ich hab Eingang geguckt. Ooooooooo. Scheiße man. Boah. Kruselig. Ja wir sollten mehrere von den töten damit wir viel schneller. Stimmt denn. Kann man Perlen holen, ne? Stimmt, anstatt die ganze Zeit zu bridgen. Ich hab Boote dabei, zum Trappen. Die kann man trappen? Nice! Aber das heißt, dann... Traut ihr euch ohne Brücken die ganze Zeit hin und her? Nein, auf keinen Fall. Junge, wie laut das ist! Die bringt ja auch lauter. Das hast du auch von MedPack. Ja, ja. Ich hasse auch das schon Sonntagguss. Das heißt, dass man sich doch in den Abwohnen teleportieren kann, wenn man diese Früchte... Nee, nee, die kommen immer auf festen Boden. Irgendwie... Ist das hier doof? Ich wollte ganz sagen, bockt, ne? Ach du, die macht noch nichts. Lass mal, komm mal wieder zurück. Ja, ich glaube, da jetzt rüber zu bauen, würde ewig dauern. Warte, warum machen die plötzlich doch so viel Schade irgendwie? Warte, ich guck mal. Wenn wir hier einmal rumlaufen, geht es schneller. Okay, let's go. Guck mal, warum heile ich grad nicht? Wir brauchen einen Heiler. Warum heile ich jetzt gerade nicht? Der Plan ist gerade eine City zu finden und ein Schiff zu finden. Und den Elite drauf zu finden. Elytra. Das, wovon Mogi schon 50 hat. Das hast du noch gar nicht gemacht, der Kegi, oder? Nee, ich hab damals nach dem Enderdrachen aufgehört. Okay, das heißt Schalke ist hier kein... Also ist das schon ein Begriff, aber nicht in Minecraft? Nicht in Minecraft, nee. Nur der S04. Ich Junge. Keine Ahnung, was die für Gesänge haben. Ich hab auch keine Ahnung. Attacke! Attacke! Schalke ist nicht kacke. Ja, das ist bestimmt ihr... Das machen die bestimmt, ja. Soll ich... Hierüber müsste kürzer sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, mit Elytra kann man fliegen. Ja. Also wenn du die hast, macht's schon echt fun. Fliegen klingt schon ganz funny, das stimmt. Machen wir da... Wenn wir die finden, rollen wir bei... wie bei WoW, nach Bedarf. ... slash roll 100, ah, geht nicht. Scheiße. Ich hab' die uns jetzt verloren haben? Maeve, die haben uns verloren? Wie? Ich hab' keine Ahnung. Solang trorf. Das klingt ein bisschen falsch. Wir sind kurz ums Eck. Wir sind nach Süden, dann nach Osten und dann nach Norden. Aber das ist doch gar nicht modern, Rikki. Das ist doch 1.2, das ist doch schon alt. Die Finchern hier einen Einweg. Ich habe ein Schiff. Maeve, ich habe ein Schiff. Maeve, das ist ein Schiff. Maeve, 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 das ist ein Schiff. Ja, ja, ja. Ich sehe es noch nicht. Hier, da hinten, geradeaus durch. In der Luft. Da ist ein Schiff. Oh mein fucking Gott. Kekke, du bist eine Legende. Yo. Geil, in the city. Ich hoffe, die anderen finden uns jetzt noch. Ja, derjenige, der sie jetzt hat, der kann einfach da rüberfliegen, die abholen. Abholen, einfach einstecken. Und da oben sind jetzt irgendwie Gegner drin oder was? Boah, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Äh, ja, wir müssen das jetzt hochbauen. Okay. Wir müssen auch lieber hochbauen. Aber ich habe nicht genug Blöcke. Ähm. Du hast Enderperle werfen. Äh, auf dem Schiff. Wenn ich daneben werfe, dann landet die, wie sie ich wohne. Der hat gesagt, da ist ein Enderdrache drin. Das stimmt. Also da hat der nicht gelogen, tatsächlich. Jetzt ernsthaft? Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet, ne? Okay. Da ist ein Fenster. Wir müssen jetzt kämpfen hier drin. Bist du schon drin? Ich höre Stimmen. Da ist irgendwas Gruseliges. Du darfst nicht draußen sein, Keggy. Du musst nicht stecken wo unter. Ich bin im Schiff. Okay, gut. Hier ist schon die Letra? Das ist die Letra. Die ist an der Wand. Achso, die musst du dann an der Wand abziehen? Ja. Einmal hauen und dann hast du sie. Geil. Geil. Du kannst die noch looten. Und wenn ich jetzt losfliege, sterbe ich damit? Nein, du kannst noch nicht losfliegen. Wieso nicht? Ich würde die erstmal noch verzaubern und auf eine Rüstung machen. Achso. Geh mal kurz her. Damit ich auch noch Schäffel mitlege. Ähm. Damit sie mich auch hassen. Ich dachte, ich kann jetzt direkt losfliegen. Und wieso muss ich jetzt dringend direkt ins Schiff reinlaufen? Das kann ich dir sagen. Warte. Ich präsentiere dir das. Bleib du mal da in Sicherheit. Da oben ist so ein Skalker. Der schießt so eine Dinger auf mich, ne? Okay. Okay. Und... Und... Ich will das zeigen. Okay, die treffen mich anscheinend gerade nicht. Doch jetzt. Wenn man getroffen wird, dann steigt man immer weiter in die Luft auf und ich werde sterben wahrscheinlich. Als ob. Komm zurück. Ich muss ihn töten, sonst töte der mich. Okay. Okay. Und es gibt sogar ein Achievement, wenn du damit über irgendwie, keine Ahnung, 80 Felder oder so nach oben fliegst, ohne dass du einmal den Boden berührst. Oh Gott, da ist noch einer hinten. Da ist noch einer? Der ist ganz hinten in der City. Dave, lebst du noch? Okay. Okay, runter hier. Die Schweine. Oh, nein. Nein, 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 nein. Der hat mich getroffen. Wie lange bleib ich jetzt in der Luft? Warte, geh hier rein. Okay. Ach, hier ist der. Der ist tot. Oh, man. Da ist noch einer. Wo? Über uns irgendwo, oder? Wo sind jetzt eigentlich Johnny und Tasi? Wo bist du? Ich bin hochgeflogen. Achtung! Okay. Dann schießt da noch einer, oder? Der ist hinten neben dir. Der ist neben mir! Nein! Hey, wo kommt der denn her? Wo kam der denn her? Spawnen die die ganze Zeit? Achso, die teleportieren sich zu uns. Hier unten! Unten drin, oh boy. Ganz unten, im Keller hier unten. Die Miese. Hier raus ist dein Käfig. Okay, sehr gut. Oh man. War das jetzt der letzte? Okay, pass auf. Du willst den, äh... Du willst ja noch den Enderdrachen hier haben, ne? Der hier ist. Moment. Achso, das haben eigentlich Johnny und Tasi geschrieben. Ich hab gleich gelesen. Wo ist jetzt der Enderdrache? Okay. Hier vorne. Ja. Da vorne ist der Kopf. Du kletterst da ran, guckst ganz über die Rede rüber und dann baust du den Kopf auf und dann hast du den Inventar. Oder ist halt runter. Eins von beiden. Und das runtergefallen. Eins von beiden. Ja, ich baue mich nach unten, denke ich. Oh mein Gott. Maeve. Er ist einfach gedroppt. So kommen wir wieder runter. Okay, KG. Ja. Lass mich die Elytra reinlegen. Save das Ding. Hier ist noch der Kopf. Kannst du die auch sehen? Ist in so einer City noch was Besonderes? Äh, ja. Diese Schalker. Also die Gegner, die wir gerade gekämpft haben. Da sind ganz viele davon drinne. Pass auf. Und was die droppen, das möchtest du sammeln. Die Schalker-Sheld. Wieso? Warte, zeig ich dir gleich. Muss er wieder rauskommen. Was für weirde Gegner, ey. Der kommt nicht mehr raus aus seinem Käfig. Die Sau. Wo ist er denn? Ach, da. Steht er da einfach. Die Antrots sind cool. Ich hab keine Ahnung, was eine Antrots ist. Ja, Antrots sind diese Lampen, die hier irgendwie beißen. Junge, ich sag von Jump Run. Ja. Wenn du dich von den Gegner treffen lässt, kannst du einfach rufen. Jo, ich hör euch. Hallo? Hallo? Ihr wart einfach weg. Nein. Den hier oben hab ich. Ich hab schon... ...fünf Schulkerschallen. Ich hab Angst, da rauszuschauen. Chill. Fallen. Ach, du schaltest, ist das ein Jump-and-Run? Ja. Das ist immer ein Jump-and-Run-Passade. Ja, moin! Wo wart ihr? Wo wart ihr? Hey, was geht ab? Wo wart ihr? Ihr seid wieder vor uns weggerannt. Ja. Ja. Ihr Quatschköpfe. Nein, Essen war schon bestellt, ja. Guck mal hier rauskriege, hier sind diese Enten. Ist das schlimm. Ist das schlimm, aber diese Lampen. Und die kann man nicht einfach so jetzt abbauen? Doch, die kannst du abbauen. Oh mein Gott, die brauchen nicht. Aber die sind jetzt nur für Deko, oder was? Ja, die sind supergeil. Und die kann man nicht abbauen? Ja, weil du dich an das Spiel hältst. Oh Gott. Ist ja aufgesammelt, ja. Wir spielen Minecraft? Minecraft? Okay. Glam ist halt Endgame, wie in FF14. Ja, bevor ich überhaupt mit Glam anfange, muss ich überhaupt eine Festung bauen. Oh, hi-ho. Du bist, bist du noch drin? Neben dem Haus. Aber da ist auch nicht drin, wenn die Jungs da schon waren, oder? Boah, lila, Leute. Lila Blöcke. Die ist einfach hier für die Blöcke. Ja, ich bin eine Bilderin, weißt du? Ich bin nicht so krass am Erkunden. Ich baue schöne Sachen. Knack, knack. Knack, knack. Willst du Lydro fliegen, Kivi? Ja. Ja, schon geil. Oh, mega laut. Was du um, tu Fröhnen? Wie? Dann, ähm... Müssen wir irgendwo auf deine Rüstung machen? Das ist schon ein Mod-Pack von... Hey, äh... Von Kigi, genau. Von Dash, ja? Ist ein Mod? Hast du eine gute Rüstung? Ich habe die Rüstung, ja. Diamant. Okay. Deine Rüstung zerfällt auch nicht gerade. Das ist zu Staub oder so, ja? Nee. Die sind fast ganz. Okay, okay. Naja, geht jetzt kochen. Haltbarkeit. Mann, äh, da Riki hat wirklich alles kaputt gemacht. Was ist das für ein Idiot? Stark. Riki, was soll das? Wie viel Level brauche ich dafür, um das draufzupacken? Er macht was kaputt, sagt, er hat kaputt gemacht, aber repariert auch nichts. Bietet seine Hilfe an, das zu reparieren oder... Keine Ahnung. Äh, so. Jetzt nimmst du die Lightra und machst das da rauf und das da rauf. Auf die Lightra? Ja. Oder auf die Rüstung? Ich glaube, ist egal. So, und jetzt? Und jetzt machst du noch das hier auf deine Brustrüstung rauf. Digga, was passiert hier? Durchschuss. Nee, nicht Durchschuss. Du hast mir Durchschuss gegeben. Och, Riki hat doch eine Scheiße hier reinsortiert. Alter, der will mich doch verarschen. Du musstest du hier nach dem rechten sehen in deinem Namen. Okay, hier. Hier, das Buch. Oh hey, ein Buch umsonst. Alter! Wollt ihr euch nicht zurücklassen. Wir dachten, ihr kommt in einer Sekunde hinterher einfach. Ja, das ist jetzt richtig oft schon passiert tatsächlich. Okay, Maeve, hab ich. Wir haben uns immer wieder verloren und nicht mehr gefunden und so. Ja, aber wir waren da einfach so lange vor euch drin. Das war richtig doof. Und Fully ist dann einfach offline gegangen, weil er geglaubt hat, als ich geschrieben habe, dass wir müde sind. Oh. Was? Ja. Er war dabei eigentlich? Nee, 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 der hat bei Morgi dann geschrieben, dass er irgendwie aufgegangen ist, weil er dachte, wir sind müde. Wie kombiniere ich dich jetzt, Maeve? Ach, ganz wohin? Ja, 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 genau. Tschüss. Hier lag da ein Leiter rum. Hier, komm mal mit. Wessen ist das? Nach oben. Meister der Bücher. Ich habe alle meine Dias verlegt, aber kannst du mir irgendwie ein Unbreaking-3-Buch auslegen? Ja, das ist unten, muss man gucken, ob es noch beschriftet ist. Ja, Digga, ich verstehe hier nichts. Die kommen hier rein, raiden uns, ich verstehe gar nichts mehr. Äh, Kegi, du musst jetzt deine Brustrüstung und die Elytra auf den Amboss werfen, glaube ich. Willkommen zurück, Morgi. So mit Kuh, also raufziehen einfach beides. Achso, nicht in den Amboss? Nicht rein, sondern wirklich so raufwerfen. Wie rauf? Achso, mit Kuh? Einfach rausziehen aus dem Inventar, sodass die da drauf landen, beider. Nee, muss drauf landen. Oh, was ist das denn? Schneller. Oh, was ist das denn? Hokus pokus. Sorry. Jetzt ist das Teil. Jetzt haltet doch mal die Klappe hier in meinen Laden rausgehen. Okay, jetzt ist das quasi eine Rüstung und die Elytra in ein. Jetzt brauchst du noch Raketen, komm mit. Ich brauch noch Raketen. Ja, ja. Okay, ich hab Flügel, Morgi. Wo ist Morgi? Hat jemand noch eine Schulkerbox drüber? So ein Schulker-Shelf? Hallo, ich fühle mich angegriffen, zumindest mein Twitch. Ähm, ich lese mir jetzt donations vor hier. Ähm. Stark. Achso, Raketen kaufen von, äh... Jetzt kaufst du die Raketen, perfekt für Elytras. Bei Sean für ein Jahr. Yo, danke für den Raid übrigens an der Stelle. Vielen lieben Dank. Yo. Und jetzt? Der Olaska wird elf Monaten feiert. Der Olaska wird elf Monaten feiert. Änder Drachenkopf. So, und jetzt? Ey, gern geschehen, Mann. Ich bin lebt einfach wieder in der Stütze. Und drückst dann richtig nach oben und dann fliegst du los. Und was ist, wenn ich runterfalle? Ja, können wir gleich tauschen. Du musst halt Sand plassen. Du musst ein bisschen trainieren, ne? Ich bin tot. Mir fehlt noch meine... Mein... Ich bin schon tot. Du musst halt versuchen, du darfst halt in der Gegend knallen. Und dann mit dem Boden oder so. Zwei Mal springen, dann einfach... Ah! 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 Kannst du, wenn du an uns vorbeifliegst, einmal sagen, komm Discord? Ah! Komm Discord! Willst du auch bitte mal ausprobieren, Johnny? Komm Discord! Ja, gerne! Wee! Puls auf 200! Njoo! Njoo! Uuu! Nice! Hey Leute! Uuu! grüße wir brauchen wir brauchen wir brauchen eine feuerwerksfarm ich habe der mensch bekommen ich bin gegen eine wand gefallen das ist schon fanny der stirb nein ich sterbe nicht das ist schon fanny ich muss noch meinen mein ding jetzt abholen da heißt mich drache mächtiger drachenflieger mit dem trident mit dem trident in der hand ich bin ein richtiger dragoon auf einmal sind hier alle am hallen sanft gelandet mein inventar ist so voll geschissen durchs netter portal fliegen nein traue ich mich nicht ich fliege mit hier mit gleich lande ich in der laba ok das wäre crazy wenn man dann direkt dort wäre so ein zombie in dem boot hier drin mit dem brosch mit der kauf mit der kauf mit der kauf ich bin gegen die wand geflogen alter kannst du im ende einfach noch mal so eine city zu suchen und dann machst du so ein den Waystone hin und ich hol mir die Lightruns. Ja, aber du sollst das ja echt machen. Ich suche auch. Könnte man theoretisch machen, ja. Und, aber ich warte dann einfach hier und ihr macht den Waystone dahin, oder wie? Ja, genau. Oh, geil. Ich mach den aber unten hin, dass du die Festung auch machen musst. Ja, ja, ja. Die Festung würde ich wohl gerne machen heute noch. Okay, okay, klar. Geile. Was macht ihr? Junge, es sind mittlerweile so viele Waypoints, ne? Und dann wären wir wieder zu Hause, Chat. Erst mal schlafen. Mein Bett abspeichern. Ja, ich muss Feuerwerk dann entweder kaufen oder ganz viel craften. Ich weiß nicht, wie schwierig das zu craften ist. Wahrscheinlich irgendwas mit Gunpowder hab ich gerade im Chat gelesen. Feuerwerk. Schwarzpulver und Papier. Schwarzpulver kriegt man nur von Creepern, ne? Und dann Papier ist ja easy an sich. Oh man. Zu Hause ist immer noch am schönsten. Das stimmt. Es ist ein bisschen doof, dass die Rüstung dann weg ist. Aber wie kann ich sie ausblenden, Deschke? Ich hab ja auch diese ganzen Mods. Wenn ich irgendwie J drücke, dann blende ich nur die bei den anderen aus, aber nicht bei mir selber. Gast, Creeper und Hexen droppen das. Flieg mal in der Höhle. Boah, ich knall gegen die Wand. Ich hab ein Hotkey für das Menü. Okay. Ja, muss ich dann später mal schauen. Was ist das denn? Ich hab irgendwas gedrückt. Ich glaub, sind die Archivements, ne? Schulker-Kiste. Was ist so besonders an der Schulker-Kiste? Die sieht einfach nur anders aus, oder was? Ist ein Extra-Inventar. Ah. Das ist diese Kiste, die man abbauen kann. Und die, es fällt nicht alles raus. Purpursäule. Geil, Leute. Einfach geil. Wir haben eine Light Shrug gefunden. Einfach geil. Ich hab zwar nicht verstanden, was danach passiert ist mit dem ganzen Hokus-Pokus, den mir Maeve da gemacht hatte. Aber Maeve hat mir einige Bücher gegeben. Ich muss ihm später noch ein paar Dias geben. Nicht mal ein Haus, aber schon eine Elytra, ja? Halt wirklich. Halt wirklich. Halt wirklich. Kein Haus, aber schon ein Trident, eine Elytra. Wie macht man überhaupt so einen Dreizack? Wie hast du den gecraftet? Gar nicht. Drownets droppen die. Aha. Mein Eye-Chat, mein Drachenei. Kann ich das einfach platzieren? Geil. Scheiße. Scheiße.